Steig mit ein, sei dabei, wenn wir Cruisern fahren. Wir haben Spaß, geben Gas auf der Autobahn. Wir sind Verrückte und tun Dinge, die sonst keiner tut. Das ist unsere Tuning-Szene. Wir haben Benzin im Blut. Ach guck mal, da kommen wir. Was fliegt denn hier rum? Stopp! Irgendwas fliegt hier rum. Schatz, hast du irgendwo Fenster offen? Fenster offen! Boah, was ist das denn für ein Vieh, ey? Voll wild! Eine Mücke. Ne, das ist keine Mücke. Das ist eher ein Adler, ich satt. Wo ist denn die Dose? Stell dir mal vor, das ist ein Adler. Ich sprühe jetzt alles an hier, was geht? Aber ein Adler? Oh mein Gott. Schau, die werden gleich alle Glühbirnen hier durchbrennen. Oder ich werde verrecken hier. Was hast du? Ja, weißt du, hier ist eben ein fettes Vieh, fliegt da drin rum, ey. Fettes Vieh? Ja, weißt du, keine Ahnung, was hier fliegt. Konnt ihr ja nicht sehen. Hier ist die Brüllmücke fliegt. Ne, ja, keine Brüllmücke. Da kann die Katze fliegen oder Motte, ey. Die Brüllmücke fliegt hier. Ich fliege hier nirgendwo. Warte, die Katze. Ah, getroffen. Wah! Wie ist das? Getroffen? Fast die Kamera umgeschmissen hier, ey. Boah, wie soll ich so ein bisschen? Ja, was soll ich machen, wenn ihr die Viecher hier reinlässt? Warte mal, da hängt doch was unter der Decke, oder? Wo ist das Staub? Ja, schau. Wir müssen mal wieder die Holzdecke abstauben, das geht aber gar nicht. Das sehe ich mal gerade hier. So, sind es alle da? Scheiße, sind wir live? Nein, das ist nicht. Ähm, ja. Ich sag jetzt. Marci, schneid da draus. Nee, nee. Das ist Light Green. Dann schalt aus. Hopefully. Da. Ja, heute ohne Vorstellung. Ja, heute ohne Vorstellung. Ast rein. Ja, heute geht das einfach mal ganz, ganz schnell. Bumblebee von Bienchen und Blümchen. Mit dem Party Bibeln. Mit Lisa, Marci, Nito, Samstag, Frau Brülli, Killer Lady, Play for Fun. Rennstart. In der Mix. Und wenn das Vieh fliegt mir gleich in die Fresse, dann bin ich sauer. Nein, das ist so eine scheiß Spirale. Oh, aus der Röhre raus. Nein. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ja, vor allem, wenn ihr weggeschoben. Von der coolen Sau. Oh, lol. Coole Party ist auch wieder dabei. Hab ich gar nicht gesehen. Wer ist denn noch wieder alles dabei? Scheiße. Easy, locker, flocke ich durch, Junge. Fürs 2, du. Ja. Ja, der war wirklich einfach, wenn man nicht weggeschoben wird. So, noch mit dabei. Killer Lady, weiß ich nicht, ob wir das gesagt haben. Muss wir gerade auf die Liste gucken. Aber ich denke, wir haben uns alle. Wunder, Brülli. Ja, ja, ich bin sowieso immer mit dabei. Ich weiß auch nicht warum. Du machst den Motsch mit. Ja, tschüss, ihr beiden. Danke. Scheiß Pirale. Ist das eigentlich ein Rundenrennen? Scheiß Pirale. Oh, was ist das? Nichts, ich bin so eine Spirale. Oh, okay. Was geht denn da ab? Was jetzt, was jetzt? Alter! Oh, 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 oh. Eine doppelte. Und ein Wollreit hinterher. Wollte mich verarschen. Nein, schloss nicht, soll ich da runter. Das ist das Gemeinste, was man machen konnte. Oh, oh. ich habe mich gerade bei dem wohlrat auf die zunge gewissen ja tut weh ich würde ja gerne mit mir kühlen aber auf mich wartet ja keine was ist das jetzt habe ich auch gedacht ist nur verarsche ich habe das gelesen ich habe das nicht runtergeladen deswegen kann man den namen so bekannt vor ich habe das nicht runtergeladen bis jetzt also es geht es ist nicht schlecht der hat style ganz süße und weißt du was ich an ihm cool finde der beschreibt auch jedes rennen der macht sich gedanken darüber jetzt habe ich hier so zugehört ja fahr geradeaus wie besser mit dem wohlreit damit habe ich jetzt nicht gerechnet dritte mal versammelt wer nennt mich denn der wendler das ist ja bald nicht mehr da wird immer enger hier immer enger immer okay das stinkt hier nach insektenspray ich glaube jetzt kommt runde 2 da gibt da ein schönes ländes video das sieht irgendwie alles gleich aus runde nummer zwei oh zweite runde ich glaube marzi ist vor mir wow war das vorhin schon ein turbo ja diesmal sind wir drauf vorbereitet oh mein auto nicht warum fließt der jetzt weg bis in dieser haben wir das ja auch in der song schon gefahren genau das erste was ich nicht wow geil hier in der mix wow wo ist denn marzi jetzt hin Der wird gerade noch vorgehen, ich habe ihn gerade noch gesehen, und jetzt geht es wieder hier runter in die Röhre. Scheiß Spirale! Okay, jetzt kommt das wieder. Nein! Ich hasse diese Spirale. Ich auch, Mann! Ich habe den Massi ganz kurz da unten noch gesehen. Ich glaube, diesmal klappt es. Ja! Oh, jetzt bin ich noch einmal. Okay, wieder runter. Was? Was bin ich? Du hast Brüllen überholt! Ich glaube aber doch! Ja! Ja, wir haben auch neu gespawnt. Der Massi war unter mir. Wir haben beide in die Spirale verkackt. Die geht echt am besten voll, dass ich. Wow! Was war das? Ja, danke für den siebten. Warum blickt das jetzt? Explodiere ich gleich, oder was? Ne. Nur bloß auf hier! Das füllt mir jetzt auch noch ein. Tolli, du Elbs frotierst in zwei Minuten. Ja. Ich glaube, meine Karrierezeit heute ist vorbei, wo ich immer erster geworden bin. So gut. Dann hat sie nach der fünften Flasche Bier erledigt. Und warum? Weiß ich auch nicht. Was war das? Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Ja, du trinkst ja die kleinen Linger da. Ich trink ja die großen. Was ist denn? Der Foden strinkt ja irgendwo her. Scheiße. Ach, das ist ja wie Wasser. Das ist ja kein Bier. Nein. Nein. Komm, hol ihn rein, hol ihn rein. Komm, mitchan, 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 mitchan. Na gut, auf den dritten Platz habe ich ja gewonnen. Und daher brauche ich ja nichts zu machen. Guck mal, wie der Massi vor mir abholt hier, ey. Ja, ich bin drin aufgeholt. Unglaublich. Unglaublich. Ach, nur nicht diese Scheiße wieder. Was für eine Scheiße. Wer pfeift hier? Nein, 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 nein. Mann, 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 Mann. Das hat was in sich, hm? Ja. Es geht. Es geht, hm? Es geht, hm? Wo ist er, ist sie? Hier platzierte... Das wird sie aufbleiben, okay? Dein Kahn, wenn wir aufbleiben. Ich bin irgendwie auf der verflixten Sieben gelandet und da werde ich aufbleiben. Da kennt er nichts. Da kennt er nichts. Da steht er nichts. Ich weiß nicht, ob er etwas schafft. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Echte, danke für das Verfahren. Oder? Ah doch. Alles klar. Ich bin auch noch im Ziel. Ja, in dem Mix. Ja, in dem Mix. Ich bin dritter. Ich bin dritter. Ich bin dritter. Ich bin dritter. Hoffe ich. Hoffe ich. Haut zu hin. Dankeschön. Und auf Brülli sehen! Ich bin dritter.